Musik Fünf Rennen, vier Klassen und eine Weltmeisterschaft. Anfang September ging die diesjährige Seifenkistensaison mit einem letzten Rennen in Garflenz zu Ende. Dort fiel auch die Entscheidung im Österreich Cup. In der Masterklasse holte sich Angelina Gassner den Ziel. Meine Tochter ist da sehr gut dabei und hat den Österreich Cup wieder gewonnen. Das ist natürlich immer das Highlight, wenn sie das eigene Rennen auf heimischem Boden mit den Fans gewinnen kann. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und die Saison ist wieder super über die Bühne gegangen, gut organisiert vom Absinger Willi mit seinem ganzen Team. Das hat super vorbereitet, super funktioniert alles. Das Wetter hat super mitgespielt. Also wirklich eine sehr, sehr tolle Veranstaltung. Alle zwei Jahre macht die Seifenkistensaison in Garflenz halt. Die Strecke in der Gemeinde bietet sich für ein Saisonfinale an. Denn hier macht der Fahrer den Unterschied. Am besten funktionieren die Seifenkisten auf glattem und feinem Asphalt. Interessanter ist aber, wenn es nicht ganz so perfekt ist. Wenn Kurvenkombinationen drinnen sind, wo die Fahrer selbst ein bisschen wählen können, fahre ich da links, fahre ich da rechts, fahre ich ganz innen oder nicht. Finde ich auch den glatten Asphalt. Bei der Seifenkiste ist entscheidend, umso glatter der Asphalt, umso schneller werden. Und so ist diese Strecke sehr gut, weil man viele Fehler machen kann. Und man hat auch die unterschiedlichen Zeichen gesehen. Für das Saisonfinale verbrachten viele Mitglieder der Seifenkisten-Community das ganze Wochenende in Garflenz. Das zeigte, dass es nicht immer nur auf den Wettbewerb ankommt, sondern auch auf die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in der Community. Das Umfeld herum macht das Ganze aus. Dieses Familiäre, auch mit den anderen Teams. Man arbeitet da miteinander. Die Kinder sind befreundet. Das ist sehr, sehr cool dabei, dass man nicht befeindet ist und man gibt den Gegner Tipps. Man hilft einem dabei, wenn da irgendwas bei der Seifenkiste ist. Man repariert die Kiste von anderen. Oder hilft einem, dass das Kind auch schnell ist bei den anderen Papa. In Wahrheit ist es für uns ein bisschen ein Hobby, diese Kiste zu bauen und auch schnell zu machen. Und dass man mit den Kindern einfach einen Tag verbringen kann und Spaß hat mit ihnen. Genau das ist es auch, was den Seifenkistensport für Vereinsobmann Willi Absenger ausmacht. Ganz wichtig finde ich, man macht etwas für die Kinder. Und ganz wichtig, dass die Eltern an einem Sonntagnachmittag oder an einem Sonntag den ganzen Tag am Mittag für die Kinder Zeit nehmen, bei so einer Veranstaltung, einer Freiluftveranstaltung dabei zu sein. Und nicht nur mit Computer und Co zu spielen, sondern dass man wirklich was unternimmt mit den Kindern. Das ist so eine verschworene Gemeinschaft, eine große Familie. Und ich finde das einfach toll. Der Zusammenhalt, der in dem ganzen Gebilde ist, sprich in dem ganzen Verein. Und da hilft jeder mit. Und das ist ganz, ganz wichtig. In Garflenz feierte man also bei bestem Sommerwetter den perfekten Abschluss einer gelungenen Saison. Die gemeinsamen Renntage mit der Familie und Freunden sowie die Weltmeisterschaft am Salzburgring werden den jungen Fahrern wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Und folgenal gut amazingen Menschen da! Hier amit auf der Welt. Und das ist so eine gute Idee, die mit uns zu sagen. Wie sollte denn der Joo haben oder compañiere Jimket nr ruth im Lehrоляurs nicht, wenn wir die Frontierishrichter jetztyern? Die Zeit ist so groß, ja. Und das sind so groß, ja. Wenn viele cuando die Vogelமке ist, Wenn ihr Hirte� tuttekritisch ist. die Strandratzt wollen. Mit dem Thema? Wenn keine Angst ausleben.